Radio Bamberg auf 88,5 UKW So schnell geht das, das war's schon wieder für heute, unser Verobacht. Ich hab mich gefreut, dass Sie dabei waren. Ich freu mich noch mehr, wenn Sie morgen wieder reinhören zu Verobacht von 15 bis 18 Uhr. Jetzt kann ich Ihnen nur eins empfehlen, nämlich sich von meiner sympathischen Kollegin Sabine Weisenberg so richtig schön hineintragen zu lassen in einen ganz tollen, wunderschönen Feierabend. Also, machen Sie's gut!